Hi, ich bin Caro und eine der ersten Pioniere, die MyEnso mitgestalten. MyEnso ist der erste freie Marktplatz im Internet, der von Anfang an von uns Kunden mitgestaltet und weiterentwickelt werden kann. Unsere Wünsche und Bedürfnisse stehen bei MyEnso im Mittelpunkt. Die gibt MyEnso weiter an die Hersteller und Handelspartner. So können sich Kunden und Handel gegenseitig inspirieren, um noch bessere Produkte auf den Markt zu bringen, die uns den Einkauf erleichtern. MyEnso sagt und verspricht, es ist meine Entscheidung. Wenn du auch dabei bist, kann MyEnso von Tag zu Tag besser werden. Also werde Pionier und melde dich an. Gemeinsam werden wir neue Bereiche entwickeln und erste Ideen diskutieren. Wie in einer Community. Und weißt du, was das Coolste ist? Jedes Mal, wenn wir an einer Umfrage teilnehmen, sammeln wir Punkte, die wir dann später beim ersten kostenfreien Testkauf einlösen können und anschließend Teilhaber in Form einer Genossenschaft werden. So bekommen wir noch mehr Mitspracherecht, um den besten Online-Supermarkt zu gestalten. Wir haben einen Wünsch-dir-was-Button. Dort sagst du uns, was wir verkaufen sollen. Egal ob regional, bei dir um die Ecke oder echte Innovation. Wir wollen deine Ideen zur Lieferung, deine Ideen zur Nachhaltigkeit und deine Ideen zum gemeinsamen Einkaufen und Sparen. Also werde Pionier, melde dich an und gestalte mit. Bring dich ein und verändere die Welt. Lass uns gemeinsam das Einkaufen neu erfinden. Ich freue mich darauf.